Kapitel 5 Der linke Kommunismus in Deutschland Führer, Partei, Klasse, Masse Die deutschen Kommunisten, von denen wir jetzt sprechen müssen, nennen sich nicht linke, sondern wenn ich nicht irre, grundsätzliche Opposition. Dass sie aber durchaus die Symptome der Kinderkrankheit des linken Radikalismus aufweisen, wird aus der weiteren Darlegung ersichtlich. Die von der Ortsgruppe Frankfurt A.M. herausgegebene kleine Broschüre, die Spaltung der KPD, Spartakusbund, die den Standpunkt dieser Opposition vertritt, legt im höchsten Grade plastisch, präzis, klar und knapp den Wesenskern der Auffassungen dieser Opposition dar. Einige Zitate werden genügen, um den Leser mit diesem Wesenskern bekannt zu machen. Zitat Die kommunistische Partei ist die Partei des entschiedensten Klassenkampfes. Zitat Ende Oder Zitat Politisch stellt sich diese Zwischenzeit zwischen Kapitalismus und Sozialismus dar als die Periode der proletarischen Diktatur. Zitat Ende Oder Zitat Zitat Ende Zitat Ende Dann fährt die Broschüre fort. Zitat Die Opposition entschied sich für einen anderen Weg. Sie ist der Meinung, dass es sich bei der Frage der kommunistischen Parteiherrschaft und Parteidiktatur nur um eine Frage der Taktik handelt. Jedenfalls stellt die kommunistische Parteiherrschaft die letzte Form aller Parteiherrschaft dar. Grundsätzlich muss die Diktatur der proletarischen Klasse erstrebt werden. Und alle Maßnahmen der Partei, ihre Organisationen, ihre Kampfformen, ihre Strategie und Taktik sind darauf einzustellen. Demzufolge ist jeder Kompromiss mit anderen Parteien, jede Rückkehr zu den historisch und politisch erledigten Kampfformen des Parlamentarismus, jede Politik des Lavierens und Paktierens mit aller Entschiedenheit abzulehnen. Die spezifisch proletarischen Methoden des revolutionären Kampfes sind mit Nachdruck zu betonen. Und für die Erfassung weitester proletarischer Kreise und Schichten, die in dem revolutionären Kampf unter Führung der kommunistischen Partei aufzumarschieren haben, sind neue Organisationsformen auf breitester Basis und mit weitestem Rahmen zu treffen. Dieses Sammelbecken aller revolutionären Elemente ist die in den Betriebsorganisationen verankerte Arbeiterunion. In ihr finden sich alle Proletarier zusammen, die dem Rufe »Heraus aus den Gewerkschaften« gefolgt sind. Hier formiert sich das kämpfende Proletariat in breitester Schlachtreihe. Das Bekenntnis zum Klassenkampf, zum Rätesystem und zur Diktatur genügt für die Einreihung. Alles weitere, die politische Erziehung der kämpfenden Massen und die politische Orientierung im Kampfe, ist Aufgabe der kommunistischen Partei, die außerhalb der Arbeiterunion steht. Zwei kommunistische Parteien stehen also jetzt einander gegenüber. Eine Führungspartei, die den revolutionären Kampf zu organisieren und von oben zu meistern sucht, zu Kompromissen und Parlamentarismus bereit, um Situationen zu schaffen, die ihr den Eintritt in eine Koalitionsregierung gestatten, in deren Händen die Diktatur zu liegen hätte, und eine Massenpartei, die das Emporschlagen des revolutionären Kampfes von unten erwartet, in diesem Kampfe unter Ablehnung aller parlamentarischen und opportunistischen Methoden nur eine zielklare Methode kennt und übt, nämlich die der rücksichtslosen Niederwerfung der Bourgeoisie, um dann die proletarische Klassendiktatur zur Durchführung des Sozialismus zu errichten. Das sind die wesentlichsten Sätze, die die Auffassungen der Opposition in der kommunistischen Partei Deutschlands kennzeichnen. Jeder Bolschewik, der die Entwicklung des Bolschewismus seit 1903 bewusst mitgemacht oder aus der Nähe beobachtet hat, wird beim Lesen dieser Zeilen sofort sagen, Was für ein alter, längst bekannter Plunder! Was für eine linke Kinderei! Sehen wir uns jedoch die angeführten Stellen einmal etwas genauer an. Schon allein die Fragestellung, Diktatur der Partei oder Diktatur der Klasse? Diktatur, Partei der Führer oder Diktatur, Partei der Massen? Zeugt von einer ganz unglaublichen und uferlosen Begriffsverwirrung. Die Leute mühen sich ab, etwas ganz Besonderes auszuhecken und machen sich in ihrem spintisierenden Eifer lächerlich. Jedermann weiß, dass die Massen sich in Klassen teilen, dass man Massen und Klassen nur dann einander gegenüberstellen kann, wenn man die überwiegende Mehrheit schlechthin, nicht gegliedert nach der Stellung in der sozialen Ordnung der Produktion, den Kategorien gegenüberstellt, die in der sozialen Ordnung der Produktion eine besondere Stellung einnehmen. Dass die Klassen gewöhnlich und in den meisten Fällen wenigstens in den modernen zivilisierten Ländern von politischen Parteien geführt werden? Dass die politischen Parteien in der Regel von mehr oder minder stabilen Gruppen der autoritativsten, einflussreichsten, erfahrensten, auf die verantwortungsvollsten Posten gestellten Personen geleitet werden, die man Führer nennt. Das alles sind Binsenwahrheiten. Das alles ist einfach und klar. Wozu bedurfte es stattdessen eines Kauderwelschs eines neuen voller Püks? Einerseits sind die Leute offenbar in Verwirrung geraten, weil sie in eine schwierige Lage kamen, als ein schneller Wechsel von Legalität und Illegalität der Partei das gewöhnliche, normale, einfache Verhältnis zwischen Führern, Parteien und Klassen störte. In Deutschland, wie auch in anderen europäischen Ländern, hat man sich zu sehr an die Legalität gewöhnt, an die freie und regelrechte Wahl der Führer durch regelmäßige Parteitage, an die bequeme Kontrolle der Klassenzusammensetzung der Parteien durch Parlamentswahlen, öffentliche Versammlungen, die Presse, die Stimmungen der Gewerkschaften und anderer Verbände und so weiter. Als man infolge des stürmischen Verlaufs der Revolution und der Entwicklung des Bürgerkriegs von diesem gewohnten rasch zum Wechsel von Legalität und Illegalität zu ihrer Kombinierung zu unbequemen, undemokratischen Methoden der Aussonderung oder Bildung oder Erhaltung von Führergruppen übergehen musste, da gerieten diese Leute außer Fassung und begannen hanebüchenen Unsinn auszuhecken. Wahrscheinlich sind die holländischen Tribunisten, die das Glück hatten, in einem kleinen Lande mit den Traditionen und Verhältnissen einer besonders privilegierten und besonders stabilen Legalität geboren zu sein und die den Wechsel von Legalität und Illegalität überhaupt nie gekannt haben, selber in Verwirrung und außer Fassung geraten und haben zu den absurden Einfällen beigetragen. Andererseits macht sich einfach ein unüberlegter, zusammenhangsloser Gebrauch der jetzt in Mode gekommenen Schlagworte Masse und Führer bemerkbar. Die Leute haben viel davon gehört und sich fest eingeprägt, dass die Führer angegriffen und der Masse gegenübergestellt werden, aber darüber nachzudenken, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und sich über die Sache klar zu werden, das waren sie nicht imstande. Die Scheidung zwischen Führern und Massen trat in allen Ländern am Ende des imperialistischen Krieges und nach dem Kriege besonders klar und schroff in Erscheinung. Die Hauptursache dieser Erscheinung haben Marx und Engels in den Jahren 1852 bis 92 viele Male am Beispiel Englands erläutert. Die Monopolstellung Englands hatte dazu geführt, dass sich aus der Masse eine halbkleinbürgerliche, opportunistische Arbeiteraristokratie absonderte. Die Führer dieser Arbeiteraristokratie gingen in einem Fort auf die Seite der Bourgeoisie über und wurden direkt oder indirekt von ihr ausgehalten. Marx zog sich den ehrenvollen Hass dieses Gesindels dadurch zu, dass er sie offen als Verräter brandmarkte. Der moderne Imperialismus, der des 20. Jahrhunderts und später, hat für einige fortgeschrittene Länder eine privilegierte Monopolstellung geschaffen und auf dieser Grundlage hat sich überall in der Zweiten Internationale der Typus der verräterischen Führer, der Opportunisten, der Sozialchauvinisten herausgebildet, die die Interessen ihrer Zunft, ihrer dünnen Schicht der Arbeiteraristokratie vertreten. Es kam zu einer Isolierung der opportunistischen Parteien von den Massen, d.h. von den breiten Schichten der Werktätigen, von ihrer Mehrheit, von den am schlechtesten entlohnten Arbeitern. Der Sieg des revolutionären Proletariats ist unmöglich ohne Kampf gegen dieses Übel, ohne Entlarvung, Brandmarkung und Vertreibung der opportunistischen, sozialverräterischen Führer. Das ist denn auch die Politik der Dritten Internationale. Sich aus diesem Anlass bis zur Gegenüberstellung der Diktatur der Massen und der Diktatur der Führer überhaupt zu versteigen, ist lächerlicher Unsinn und dummes Zeug. Besonders komisch ist es, dass in Wirklichkeit an die Stelle der alten Führer, die allgemein menschliche Ansichten über einfache Dinge haben, nun praktisch unter dem Deckmantel der Losung nieder mit den Führern, neue Führer treten, die hirnverbrannten Unsinn und wirres Zeug verzapfen. Das sind in Deutschland Laufenberg, Wolfheim, Horner, Karl Schröder, Friedrich Wendel, Karl Erler. Die Versuche Erlers, die Frage zu vertiefen und die Entbehrlichkeit und die Bürgerlichkeit der politischen Parteien überhaupt zu proklamieren, das sind bereits solche Herkules-Säulen der Absurdität, dass man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Hier sieht man wahrhaftig, aus einem kleinen Fehler kann man stets einen ungeheuerlich großen machen, wenn man auf dem Fehler beharrt, wenn man ihn vertieft begründet, wenn man ihn zu Ende führt. Verneinung des Parteibegriffs und der Parteidisziplin, das ist es, was bei der Opposition herausgekommen ist. Das aber ist gleichbedeutend mit völliger Entwaffnung des Proletariats zugunsten der Bourgeoisie. Das ist gleichbedeutend eben mit jener kleinbürgerlichen Zersplitterung, Unbeständigkeit und Unfähigkeit zur Konsequenz, zur Vereinigung, zu geschlossenem Vorgehen, die unweigerlich jede proletarische revolutionäre Bewegung zugrunde richten wird, wenn man ihr die Zügel schießen lässt. Den Parteibegriff unter dem Gesichtspunkt des Kommunismus verneinen, heißt einen Sprung machen von der Vorstufe des Zusammenbruchs des Kapitalismus in Deutschland nicht zur niederen und nicht zur mittleren, sondern zur höheren Phase des Kommunismus. Wir in Russland erleben, im dritten Jahr nach dem Sturz der Bourgeoisie, die ersten Schritte des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus oder zur niederen Phase des Kommunismus. Die Klassen sind bestehen geblieben und werden überall nach der Eroberung der Macht durch das Proletariat jahrelang bestehen bleiben. Höchstens in England, wo es keine Bauern, immerhin aber Kleinbesitzer gibt, wird diese Frist kürzer sein. Die Klassen aufheben heißt nicht nur die Gutsbesitzer und Kapitalisten davonjagen, das haben wir verhältnismäßig leicht getan. Das heißt auch die kleineren Warenproduzenten beseitigen, diese aber kann man nicht davonjagen, man kann sie nicht unterdrücken, man muss mit ihnen zurechtkommen, man kann und muss sie nur durch eine sehr langwierige, langsame, vorsichtige organisatorische Arbeit ummodeln und umerziehen. Sie umgeben das Proletariat von allen Seiten mit einer kleinbürgerlichen Atmosphäre, durchtränken es damit, demoralisieren es damit, rufen beständig innerhalb des Proletariats Rückfälle in kleinbürgerliche Charakterlosigkeit, Zersplitterung, Individualismus, abwechselnd Begeisterung und Mutlosigkeit hervor. Innerhalb der proletarischen Partei des Proletariats sind strengste Zentralisation und Disziplin notwendig, um dem zu widerstehen, um die organisatorische Rolle des Proletariats, das aber ist seine Hauptrolle, richtig, erfolgreich und siegreich durchzuführen. Die Diktatur des Proletariats ist ein zäher Kampf, ein blutiger und unblutiger, gewaltsamer und friedlicher, militärischer und wirtschaftlicher, pädagogischer und administrativer Kampf gegen die Mächte und Traditionen der alten Gesellschaft. Die Macht der Gewohnheit von Millionen und Abermillionen ist die fürchterlichste Macht. Ohne eine eiserne und kampfgestählte Partei, ohne eine Partei, die das Vertrauen all dessen genießt, was in der gegebenen Klasse ehrlich ist, ohne eine Partei, die es versteht, die Stimmung der Massen zu verfolgen und zu beeinflussen, ist es unmöglich, einen solchen Kampf erfolgreich zu führen. Es ist tausendmal leichter, die zentralisierte Groß-Bourgeoisie zu besiegen, als die Millionen und Abermillionen der Kleinbesitzer zu besiegen. Diese aber führen durch ihre tagtägliche, alltägliche, unmerkliche, unfassbare, zersetzende Tätigkeit eben jene Resultate herbei, welche die Bourgeoisie braucht, durch welche die Macht der Bourgeoisie restauriert wird. Wer die eiserne Disziplin der Partei des Proletariats, besonders während seiner Diktatur auch nur im geringsten schwächt, der hilft faktisch der Bourgeoisie gegen das Proletariat. Neben die Frage Führer, Partei, Klasse, Masse, sollte man die Frage der reaktionären Gewerkschaften stellen. Zunächst aber werde ich mir noch ein paar Schlussbemerkungen aufgrund der Erfahrungen unserer Partei erlauben. Angriffe auf die Diktatur der Führer hat es in unserer Partei stets gegeben. Ich erinnere mich der ersten dieser Angriffe im Jahre 1895, als die Partei formell noch nicht bestand, sich aber in Petersburg eine zentrale Gruppe herauszubilden begann, der es oblag, die Führung der Bezirksgruppen zu übernehmen. Auf dem 9. Parteitag unserer Partei im April 1920 gab es eine kleine Opposition, die ebenfalls gegen die Diktatur der Führer, die Oligarchie usw. auftrat. Daher hat die Kinderkrankheit des linken Kommunismus, der Deutschen, nichts Verwunderliches, nichts Neues, nichts Schreckliches an sich. Diese Krankheit geht gefahrlos vorüber und der Organismus wird danach sogar kräftiger werden. Andererseits führte der rasche Wechsel von legaler und illegaler Arbeit, verbunden mit der Notwendigkeit, gerade den Generalstab, gerade die Führer besonders gut zu verstecken, besonders gut zu konspirieren, bei uns bisweilen zu äußerst gefährlichen Erscheinungen. Die schlimmste von ihnen war, dass 1912 der Lockspitzel Malinowski in das Zentralkomitee der Bolschewiki Eingang fand. Er ließ Dutzende und Aberdutzende der besten und treuesten Genossen hochgehen, brachte sie ins Zuchthaus und beschleunigte den Tod vieler von ihnen. Wenn er nicht noch größeres Unheil angerichtet hat, so lag das daran, dass bei uns ein richtiges Verhältnis zwischen legaler und illegaler Arbeit bestand. Um unser Vertrauen zu gewinnen, musste uns Malinowski als Mitglied des Zentralkomitees der Partei und Abgeordneter der Duma helfen, legale Tageszeitungen herauszugeben, die es auch unter dem Zarismus verstanden, den Kampf gegen den Opportunismus der Menschewiki zu führen und in entsprechend verhüllter Form die Grundsätze des Bolschewismus zu propagieren. Mit der einen Hand schickte Malinowski viele Dutzende der besten Vertreter des Bolschewismus in Verbannung und Tod, während er mit der anderen Hand helfen musste, vermittelt der legalen Presse viele, zehntausende neuer Bolschewiki zu erziehen. Über diese Tatsache sollten jene Deutschen und auch die englischen und amerikanischen, französischen und italienischen Genossen rechtgründlich nachdenken, die jetzt lernen müssen, revolutionäre Arbeit in reaktionären Gewerkschaften zu leisten. In vielen, darunter auch in den fortgeschrittensten Ländern, schickt die Bourgeoisie jetzt zweifellos Lockspitzel in die kommunistischen Parteien und sie wird das auch in Zukunft tun. Eines der Mittel zur Bekämpfung dieser Gefahr ist die geschickte Kombinierung von illegaler und legaler Arbeit. Bekämpfung 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 Bekämpfung